Miles Morales war schon immer herausragend, aber er hätte nie damit gerechnet, ein Superheld zu werden. Bis er von einer Laborspinne gebissen wurde, genau wie sein bester Freund, Peter Parker, der Original Spider-Man. Aber wenn man die gleichen Kräfte hat wie Spider-Man, bedeutet das auch, dass man die gleiche Verantwortung hat. Die Verantwortung, die Nachbarschaft, die Stadt und die Welt zu beschützen. Aber Miles nimmt diese Herausforderung gerne an. Zusätzlich zu seiner Superkraft und seiner Schnelligkeit hat Miles noch einen Elektroschocker und seine Tarnkraft, um Bösewichte zu bekämpfen und Leben zu retten. Sein Spinnensinn warnt ihn vor sämtlichen Gefahren. Sämtliche Gefahren, außer uns! Die kleine Spinne ist jetzt ein Wirt und ist nun auf unserer Seite.